so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft sky wars auf dem meinplex server ich werde mal wieder klasse mad scientist damit kann ich alle 90 sekunden ein zombie spawn ich kann maximal drei spawn eier dabei haben klimaanlage läuft immer noch im hintergrund sowie die letzten folgen diese map habe ich schon mal gespielt die ist richtig kacke und ich habe festgestellt dass rohstoffe nicht auftauchen wenn man den block über ihnen abbaut sondern muss einen block müssen beide blöcke neben den weg sein was ich nicht so ganz verstehe bis jetzt aber okay so nichts was ich gebrauchen kann scheiße kein holz kein stein und keine dortenspitze habe ich gut zwei drei holz brauche ich erst noch hier habe ich eben gerade schon eine runde drauf gespielt auf dieser map und ich habe zuerst nicht verstanden dass das weiße hier das holz ist da habe ich ein bisschen behindert dann durch die gegend gewandt und guckt und gesucht und gemacht und getan bis ich dann endlich dahinter gekommen bin und damit haben wir unsere steinspitzhacke können eine runde hier rum suchen ob wir irgendwas finden die ersten geht schon in die mitte aber der wirft mich mit eiern ab hat der mich erschreckt der blöde das eisen habe ich gleich gesehen beim truhe öffnen der mich eben gerade erschreckt das war wirklich fies machen wir uns erstmal ein eisenschwert und töten ihn so dann gehen wir mal versuchen mal in richtung mitte zu bauen auf meine übliche behinderte art versuchen ihn zu schnappen oder gute dir rüstung ich hätte gerne seine dir rüstung oh ja dankeschön sind wir eine nette rüstung ich habe leider keine pfeile von ihm gekriegt der da vorne hat eben gerade versucht ihn abzuwerfen okay was mache ich ich versuche ihn von hinten mit einem zombie zu überraschen das war nichts das war nichts okay ich gehe weg ich habe keine lust mich mit ihm anzulegen ist irgendwas gutes drin? nein ich habe ein neues ei gekriegt hast du ein glück du blöder bastard aber auch nicht mehr lange weil gleich fällt irgendwann die welt auseinander ich kann aber versuchen mir nicht irgendwie in richtung links zu bauen in richtung mitte ich bin das nicht der mir beschießt wer beschießt ihn mit pfeilen wer beschießt ihn bitte mit pfeilen ich nicht oh ein ei habe ich noch das war nix und tschüss seine sachen sind auch untergefallen das ist natürlich traurig so dirt und rüber bauen ich weiß dass jetzt schon leute in der mitte sind und sich gut ausgelöst haben ich habe unglaublich viel zeit mit dem einen verschwendet weil ich ihn nicht getroffen habe mit den eiern das war ärgerlich und mein zombie hat ihn gekillt von hinten ist nett ups das war ein diax aber ist genauso gut wie mein eisenschwert mein zombie geht gerade irgendwo hin kann nur bedeuten dass dein gegner ist so hier ist nichts gutes mehr ender perle ist nice kann ich mich zur not auch wegwerfen also ein bisschen scheiß mal weg räumen dass ich wenigstens ein bisschen platz im inventar kriege langsam so ich habe leider keinen links mehr davon ist ein spieler er sich gerade hoch baut und ich habe gewonnen was das war der letzte okay habe ich gar nicht mitgekriegt gg ich habe ihn runter geäbt geschossen geballert ja das war eine gute runde vier kills und erster platz ich danke euch fürs zu sehen sagt wieder keiner gg aber das ist hier standard ich habe insgesamt 80 spieler getötet ich danke euch fürs zu sehen bis zum nächsten mal geballert ich habe einfach gesehen es ist hier so